Das ist der LC 500 in der Ultimate Edition. Angetrieben von 464 PS und dem wohl letzten V8. Das Lexus-Markenzeichen darf auch nicht fehlen, der Diablo-Kühlergrill. Geschmiedete 21 Zoll Leichtmetallfelgen. Das sind Einstiegsleisten aus Carbon. Das ist eine Nackenheizung, die sie nicht nur belüftet, sondern auch beheizt und euer Dach öffnet ihr hier. Die sind typisch für den LC. Das ist die Abgasanlage und das hier ist der Sound. Das ist die Abgasanlage.